weil es ist ja nicht nur seine musik ich stelle nicht seine musik frei zum download oder so ich laber ja der typ hat keine rechte mehr drauf der typ ist seit mehr als 70 jahren tot wer na pethoven es ging gerade um michael jackson so er ist auch bald 70 jahre tot also daher alter der ist gerade mal egal drei jahre tot oder zwei jahre tot ich weiß es gar nicht so war ich ein bisschen amort weil das ist ja wie sandstein das ding es geht ja voll schnell abzubauen nur es hängt hier so blöd in der luft rum ist was das geile an dem teil ist was das du damit dann richtig geil dekorieren kannst ja das kann ich mir gut vorstellen zombie nervt mich nicht geh weg so la 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 ja wo komme ich denn jetzt her will mir das mal wer verraten nein ich weiß nicht mehr wo ich herkomme ich kenne meine eltern nicht doch kenne ich nur um kurz sämtlichen missverständnissen da vorzubeugen ich habe silber gefunden cool oder eisen ich weiß nicht genau was es sein soll ich habe silber und eisen gefunden ich weiß noch nicht welches von beiden was ist geht grundsätzlich da wenn du es dir anguckst nein ich will nicht sterben nein ich will nicht sterben nein alter das ballert mich gleich weg scheiße ich muss fliehen ich habe nur noch zwei herzen da war noch eine spinne und ich habe nichts mehr zu essen deswegen nimmt man sicher essen mit runter ich habe ja zwei steaks mit gehabt die habe ich jetzt aufgefressen jetzt habe ich wieder essen aber das leben regeneriert sich ja leider nur sehr langsam neun creeper hinter mir vor mir scheiße tot nicht in lava die sachen sind noch da aber ich weiß nicht wo ach ich habe einen die point ähm ja das ist schön aber beim creep bei der creeper explosion gibt es doch auch ein bisschen verlust oder nicht ja ein bisschen aber nicht viel also die ganzen tools und so müssten eigentlich noch da sein die überleben das immer außer sie sind schon halb kaputt ein wort in gottes ohr ja ich hoffe doch sonst bin ich leicht betrübt nicht nur du ach da ist ja immer wieder oder peter ich weiß nicht welcher von beiden weg war ja ich kann sie nicht unterscheiden meinst du ich soll dir einmal so einen stempel auf den arsch geben flachten freigegeben oder was ne das nicht warum wird mein death point nicht mehr dann doch da nur das problem ist in der höhle kann ich ja nicht querfeld einmarschieren ne hier war ich nicht hier war ich war ich hier ja hier war ich dann bin ich hier rum gelaufen bin hier lang gegangen ja nur noch 40 meter ach ja das kenne ich auch noch dann bin ich ach ich bin dem wasser nachgeschwommen genau und bin dann in diese riesenhöhle gekommen ich erinnere mich super so 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 hier ist übrigens uran was ich übersehen habe und ganz viel quarts was ich auch übersehen habe quarts im rückblick bring das mit weil quarts ist wichtig mache wo bin ich denn alter wo bin ich denn hier lang gegangen ach hier bin ich lang gegangen glaube ich ja hier bin ich lang gegangen hast du ein schwert mit wenigstens willst du jetzt nein ich hab willst du mich verarschen das ist ja direkt neben unserer neben unserem aufstieg ist das ja wir haben das noch nie gefunden ist ja gar nicht so weit weg wie ich dachte man muss hier nur den richtigen weg gehen dann ist man direkt da krass hast du gehört er ist geflasht äh bin ich hier wirklich runtergesprungen wieso weiß ich nicht weil ich mich gerade nicht mehr daran erinnern kann dass ich hier runtergesprungen bin ich auch nicht hier habe ich irgendwas abgebaut dann bin ich hier wieder zurückgegangen und hä oh nö bin ich hier lang gegangen ja ich fürchte hier irgendwo war ich da ist ein creeper und ein zombie und ich springe und renne rennen 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 das war ja hier so bin doch zwei zombies zwei zombies zwei zombies und ein creeper scheiße und ich habe keine waffe alter du hast mich letztes mal penetriert ich weiß wieder wo ich bin da wo das stadt war vielleicht ist es auch ein anderes stadt es ist ein anderes stadt scheiße alter dieses stadt killt mich gleich schon wieder ich bin tot findest du all deine sachen? nö immer noch nicht ja dann beeil dich mensch ja ich weiß nicht mal wo ich lang gelaufen bin da unten in der höhle angekommen ich brauche eine spitzhacke dann grabe ich mich da einfach durch meinetwegen ich mach das dann stoße ich Wetten auf Lava wenn ich alles habe und äh sterbe alter ist doch nicht wahr ich muss da doch irgendwie wo war ich wo war ich da irgendwo in so einer Kuhle da müssten meine Sachen liegen weil da der creeper explodiert ist mann ich grab mich doch nicht durch ich muss den Weg so finden ach da war ich alter hier bin ich gestorben willst du mich verarschen? ist ja nix ist ja scheiße wo ich hier gerade eben verreckt bin da muss ich hin wenn du es einsiehst hier irgendwo muss ich hin hier bin ich richtig hier bin ich definitiv richtig komm jetzt ja und dann da runter und jetzt da sechs Lampen ich wollte die eine Seite beleuchten halbwegs falsch ich muss in die Richtung und in welchem Abstand da ging es aber nicht weiter scheiße wo ging es denn ich bin in der Lava gefallen tot jetzt habe ich drei Death Points da ich mache mal alle weg oder alle bis auf einen alle bis auf denjenigen da wo deine Sachen liegen würde ich weg machen ja ja habe ich ja alter diese Scheiße übrigens um acht muss ich gehen da gibt es Fernsehen erst findest du die Sachen was denn für Fernsehen ja ich finde die Sachen und dann machen wir irgendwann einen Break was gibt es denn für Fernsehen? Cobra 11 neue Folgen Junge Gott das ist so lustig wenn man wenigstens nicht mit Til Schweiger alter als ob da Cobra 11 mit Til Schweiger wäre mit der ollen Schabracke hat er gar nichts verloren in gute Fernsehsendungen wird er ja auch nie geholt oh seine Filme sind scheiße ja also jetzt werden natürlich alle Til Schweiger Fans sagen HALT das ist toll und ich werde sagen nein vor allem das Problem ist nur nicht mal die Handlung des Films weil die ist ja eh nie vorhanden das Problem ist dass man ihn ja auch gar nicht versteht der muss ja eigentlich irgendwie mal Taubstummsprache sprechen weil wenn er normal redet dann hast du ja keine Chance hast du ihn noch nie reden hören doch das ist mir ehrlich gesagt nie so oft wenn ich ihn reden höre dann verstehe ich was er sagt ey in seinen ganzen Filmen hier Schutzengel und das ganze Gedöns ja Schutzengel habe ich mir nicht angeguckt das war ja eh das allerletzte was was dass den die Leute beim Dreh überhaupt verstanden haben aber kann das sein dass die Kühe sich so ein bisschen von dem Pool angezogen fühlen ja ich glaube es auch jump ich bin da 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 gewesen die Frage ist jetzt nur bin ich auf der richtigen Ebene ja jetzt hat er deine Deathpoint nicht gelöscht ich habe meinen Deathpoint ah 12 Meter nach oben ich bin definitiv zu tief würde ich sagen super jetzt bin ich aber wieder zu weit weg ist doch scheiße nein Spinne lass mich in Frieden zwei Spinnen alter voll die Armada geh weg Spinne lass mich in Frieden beide nein was ist los ich sterbe schon wieder Slid nein nicht auch noch Slid nein nicht auch noch Zombie scheiße alter voll die Monsterarmäe tot doof ich habe kein Schwert du musst doch ein Schwert dabei haben nein wieso sollte ich ein Schwert haben ähm weil man normalerweise immer ein Schwert hat wenn man seine Sachen aufgehoben hat ja mann aber ich doch nicht kennst mich doch ich bin auch immer perfekt vorbereitet ja total okay dann mach du mir mal gerade schnell ein Schwert dass ich das mitnehmen kann wenn ich komme ich habe doch selber ein Schwert ich habe kein Schwert mach mir schnell ein Steinschwert oder so mein Schwert ist doch auch da unten Junge ich denke du hast deine Sachen nein ich habe meine Sachen noch nicht gefunden ich finde den Deathpoint nicht also ich finde Deathpoint aber jetzt war ich zwölf Meter zu tief ich grab mich da jetzt hin ich habe keinen Bock mehr hoffentlich sind fünf Minuten schon um die fünf Minuten schon um ja fünf Minuten dann de-spawn die Items ah ich habe einen Stone-Sword hier in der Kiste ja nimm das hast du hast du Steinspitzhacke für mich nein aber ich kann ja einer machen wenn du möchtest ja mach schnell oh man es dauert doch länger als fünf Minuten nur weil du zu unfähig bist oder was ja genau deswegen du hast es begriffen die erste Runden liefen ja noch gut da hast du die Diamanten angeschleppt und danach danach wurde es langsam kritisch ne es schleift mit dir mein was ich sage es schleift mit dir es schleift mit mir langsam aber stetig gehe ich den Bach runter genau so jetzt muss ich mich nach hier graben jetzt grabe ich mich einfach jetzt nach hier durch scheiß auf Lava scheiß auf Wasser ich grabe mich jetzt zu meinem Death Point auch wenn es lange dauern wird obwohl so lange wird es glaube ich gar nicht dauern ich muss mich ein bisschen nach oben graben bis ich auf der gleichen Ebene wie der Death Point bin es ist dunkel ich sehe nichts außer den Death Point denn er scheint helle vor mir ich habe Gold gefunden hallo ja und achso ja du bist noch da ich dachte schon ich habe da ja so gewisse Phobien alter jetzt ich glaube ich habe meine Sachen gefunden aber meine Sachen sind weg den kompletten nichts mehr da ja hier sind meine Sachen aber also hier sollten meine Sachen sein aber sie sind alle weg klag dich kaputt du kleines hässliches Miststück entschuldige es tut mir doch leid nein es tut dir nicht leid weil du einfach zu unfähig bist ich bin gar nicht unfähig es ist schon der zweite Bohrer und ein Batteriepack was du versemmelst such deine Sachen da die sind da nicht na dann such um den Death Point rum da wo du gestorben bist ja vor allem warum warum sind die da nicht mehr das ist die Frage weiß es nicht vielleicht sind sie durch die Explosion kaputt gegangen die können ja nicht alle kaputt gegangen sein oder einfach nur weil du zu unfähig bist die können doch nicht alle kaputt sein na klar ist doch scheiße und wer lässt sich denn vom Creeper töten ich hatte zwei Herzen vor mir waren drei Skelette und zwei Zombies ich hatte noch ja zwei Herzen wie gesagt hatte nichts mehr zu fressen weil ich zwei Steaks bereits gegessen habe die schönen Rohstoffe wenigstens eine positive Nachricht ich habe noch einen Creeper gefunden aua das ist so das unwichtigste was da reingehört ne was schöne Quas schöne Marmor äh Uran hatte ich auch ich hatte Rubinen ungefähr 24 ich kann ja mal gucken wie das bei dir unten so aussieht ich komme mal runter teleporte dich doch stehst du nicht oder mhm ich sag du verstehst es einfach nicht ne was verstehen was man manchmal sich nicht irgendwo hin teleporten möchte ach so oder in einem Let's Play wo man sagt ja okay keine Cheats auch daran hält wo bist denn du äh da ist irgendwo so ein kleiner Gang in der Seite der ziemlich weit ist und da bin ich der hier da ist so ein kleiner Gang der ewig lange führt eins breit also ich habe ja einen der ist eins breit aber der führt nur drei Blöcke weit ich komme mal kurz zurück hier bin ich da siehst du mich lebt die 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 lebt